ob das hey leute schön dass ihr wieder dabei seid bei resi 5 müssen wir irgendetwas verwalten also ich bin fertig was kommt jetzt so für eine stelle jetzt noch mal das beste rückst du noch ein bisschen mit hier ran da krieg ich das noch ein bisschen müsste doch jetzt eigentlich die stelle kommen mit ne wir sind ja gestorben danach kommt aber sniper kannst du schon mit rein nehmen die sniper werde ich definitiv so geht passt das auch noch mal scheiße hier anhalten ja bitte ich muss mich aber hier so hin schrott Schrot erstmal die Munition noch mal da laufen sie da ist das dort kann man nichts mehr ich muss weg Prozent ich glaube sie ist nicht das war dahin laufen nein er steht da wo ist das aufs Maul nein oh man ich hab mich zurückgehofft wo irgendwie keine Ahnung Mensch Drecksviecher achso achso was anderes gewohnt sind ey scheiß Mikro hier gut warte ja 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 wer drückt denn jetzt nun ich bin ich bin ich bin da kannst du schon was looten gehen ich bin da da tun das was junge explodiert wenn du auch die gerenderten geschossen ist die ich habe überhaupt nicht geschossen vor sich der raketenwerfer wird sich rufen pass auf, geh weiter nein, zurück nein ey oh jungen ey, alter, warum explodieren die der problem ist boah danke Mensch ich guck doch gerade auch nein helf mir juhu rechts ey wo ist der da ist er der hat auch noch eine blöde rüstung ich habe immer das gefühl ist das schon korrekt? ja, aber ja, aber ja ja so weiter geht's oh oh ja 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 jetzt fliegen lassen fliegen lassen ne nein das soll mitnehmen ich bin mal schnell mal vorne an der kiste ja du hast sowieso die bessere sniper von äh 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 Das neighbourhood nicht nicht äh jetzt geht's wieder denn oben da hast du gesehen? ähm äh Schaffst du nicht? Beim ersten Mal, ey! Vorsicht! Josch, hier hat eben jemand gezielt. Ich habe es genau gesehen. Mein Pointer sieht man auch gerne. Ja, aber der war grün. Grün sind immer Gegner. Die stinken. Da kommen sie. Wir teilen wir mal euren Ding an. Es muss sich drehen. Es muss sich drehen. Weil sonst... Ich treffe sie nicht. Halt bei mir. Ah, ich habe ihn. Oder? Ne. Scheiße. Meine Sniperkünste. Mal wieder langsam aufpushen. Ey, ohne Scheiß. Ich hasse diesen Scheißaufzug. Ich liebe ihn. Kannst du deinen Sniperkünste so richtig gut trainieren. Ach so, ich muss ja auch mal an Rande laufen. Weil die hat... Ich muss ja auch mal unten das machen. Ich glaube, die kommen gleich von da. Ah, nein. Ah, da oben. Hä? Grüne Stahl, Mann. Grüne Stahl, Mann. Grüne Stahl, Mann. Müsst du mal gucken, wo die grünen Stahl waren. Ja, wo mal unten. Jetzt muss ich mal ein bisschen schneller trainieren. Da. Gott. Aber nun. Den ersten habe ich. Gott. Da drüben. Scheiße. Ich treffe ihn nicht. Nein, habe ich. Ja, die halten ja nicht an. Ja, aber drauf sind. Die können auch noch den Top zur Hölle machen. Warte mal, jetzt kommen die von da. Also heißt das erstmal nach da zu. Der zweiten habe ich. Die fängste ab. Der ersten habe ich. Scheiße, die schießen. Nein, ich will nicht nochmal den Scheiß machen. Da. Da. Was ist die Karton? Ja, nach der Tür. Wir müssen nochmal hochfahren. Da. Ohhhh. Das war's. Ich glaube, das war's. das ist die und in der Pistolemonie oder Geldtronner nach so Worte muss für wenn tut er könnte ich hier muss die wenn man es lugen kann, dann muss ich mal gucken wo diese... da muss ich mal lugen? Nein da nicht, da auch nicht. Na wie schon gesagt, tut mir leid, aber ich muss das gerade mal ausprobieren eventuell. Und wir haben uns dann immer die Mühe gemacht, das Ding erst zu starten und dann die Scheiße abzuschießen. Jetzt. Naja, fünf Schuss von den zehn Patronen, die ich bekomme, aber verbraucht aber egal. Kannst ja mal machen. Warte, ich hab noch was. Mal ich gefunden. Naja, ich hab 45. Mit ein bisschen Glück durch die schutzsichere Weste halte ich jetzt... Oh, oh, da hinten. Ich weiß. Warte mal, ich hab noch mal einen Kanal drücken. Will ich nicht die Ziele tun? Hä? Hab ich sie getroffen? Ich hab jetzt ganze Zeit auf deinen Bildschirm geguckt. Dein Screen. Nein. Ich hab... Nee. Entweder sind sie zusammengerutscht oder... Keine Ahnung. Äh. Ja. Ich kümmere mich jetzt einfach darum um das Buch. Einfache Sache. Äh. Jetzt würde ich gucken... Daumen. Ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn gekriegt. Aber einer stand auch da drinnen und hat nämlich gegen die Wand geschossen, den hab ich noch gekriegt. Da haben wir das schon mal. Oh, die erste Barrikade. Jetzt mal bin ich nicht wenigstens. Oh, ich bin lecker. Hm? Nein. Ich bin die Pfützigkeit zum Schwitzen, ja? Ich bin klar, dass die Pfützigkeit zum Schwitzen ist ja... Ich bin ich natürlich gut für mich. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. und jetzt ich hasse diese Scheiße ich treffe die müssen zusammen ich werde mich jetzt irgendwo hinter so ne Scheißding stellen und dann wenn sie dann da sind dann batterichst du gerade weg und dann hast du Pech bleibt stehen versuchst dann weg zu rennen weil du vorne stehen tust und dann wirst du getroffen bist du ich hasse diese Scheiße ich drück ich sitze in der Tür nein 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 Scheiße 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 er wollte jetzt gerade so eine richtig krasse Rolle machen Boah Sniper skills forever man jetzt kommt die stelle pech haben nutze ich dann auch da wieder die Gatling jetzt kommt noch kein Boss ne aber dies lieber ne doch ne doch ne benutze nicht die brauchen Leben jetzt nur ja aber trotzdem ist nur ein Ding der Tod wenn sie dich festhalten mit ihrer ja ich bleibe ja wir und die oder du steifest und ich laufe Entschuldigung Wieso ist es unser Kanal wir können mal unsere Ruhe Gehör zum Einstein Also gehe ich jetzt hoch nehme ich jetzt mal an Ich snipe die Sleaker von der Wand weg und du musst deinen A bewegen Ja halt mal deine Stimme so Nein ich meine für die Lautstärke Ja mache ich mal keine Sorge Da ist das was Wie war was Snipermxion Definitiv Ich habe noch eine Snipermxion gefunden Seitdem habe ich 40 Schuss Nö Äh 49 50 66 Ne 64 Ich hab' nur keine Schrotpatronen Du musst es halt nur abwählen und ich muss erstmal warten. Ich muss mich auch mal auf Position begeben. Eventuell. So. Warte mal, ich muss es mal kontrollieren. So hätte ich es ja im Schuss. Ja. Gut. So. Da kommt einer runter. Ja, es ist. Hab keinen. Das wird. Da hat was hinterlassen. Ich weiß, dass hier oben. Oh, hat. Hatte passiert. Das, was ich jetzt nicht brauche. Ja. Das, was ich jetzt brauche. Oh, Mann, ey. Ist da noch? Ne, die kommen jetzt alle von hier vorne. Also muss ich mich schon mal positionieren, dass ich alles im Blick habe. Ich bin jetzt nur überlegen, bleibe ich da stehen oder laufe ich durch? Ja, wenn du durchläuft, sag ich probieren, dass ich zwei Seiten weggekommen muss. Ja, dann, dann, dann. Sorry, ich habe das jetzt weggedrückt. Das ist einfach. Nur eine Szene, wo die Slinge da unten rauskommt. Ich bleib jetzt hier stehen und. Ich hab den noch getroffen. Na los, lauf. Hoffentlich greifen die mich jetzt nicht an. Wenn ich das jetzt durchschaffe, sollen sie erst runterkommen. Ja, ja, komm. 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 Junge. Ja, komm. Ich schaff's, ich schaff's. Ich hab noch da unten, das ist noch ein Blick. Also, keine Sorge. Da kommt noch mehr. Ja. Viel weiter. Ich bin schon durch. Keiner hat das Löwenherz fallen lassen. Doch, einer hat ein Löwenherz fallen lassen. Genau, der hat da unten bei mir war. Ja. Ja, ich bin schon mal hier rein. Ja, ich hole, ich nehme mal das hier, was hier oben ist schon mal mit. Schrotpatron, geil. Ich glaube, bevor wir durch die Tür gehen, beenden wir dann erstmal den Part. Ja, aber erstmal alles hier noch so grobe einsammeln und so alles. Oh, da ist ein Heilspray. Das beiden noch. Ein Krug. Oder was das ist. Oh, scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Tot, 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 tot. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein